Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein Lyrik und der geübte Zuschauer hat schon erkannt, das ist kein Baumhaus, was ich hier habe, sondern das ist Steamboat Willy. Das heißt, Lego hat in der Ideas-Serie ein Set vorgezogen. Eigentlich wäre das Baumhaus dran gewesen, aber man hat das, was man erst vor wenigen Tagen gefühlt bekannt gegeben hat, jetzt schon auf den Markt geworfen, wie wir hier sehen, mit ein paar, auch auf der Verpackung, schönen Glitzereffekten. Dieses Vorziehen könnte auch damit zusammenhängen, dass es 1928 und nicht 1929 war, als Steamboat Willy als Animationsfilm erschien. Es war der erste Mickey-Maus-Film und es war der erste Animationsfilm von Disney wohl, der mit Synchrom-Sound, noch keiner Sprache, aber doch immerhin Effektenmusik, dieses berühmte Pfeifen, verbunden war. Und dass selbst Jüngere diesen Film irgendwie zumindest in Ausschnitten kennen, liegt daran, dass aktuell Disney, glaube ich, von fast allen seinen Filmen in den Vorspann eine ganz kurze Szene davon reinnimmt, nämlich Mickey Mouse, wie er pfeifend auf besagtem Raddampfer steht und es sich gut gehen lässt. Und diesen Raddampfer, den können wir jetzt dank Ideas nachbauen. Eingereicht hatte es Marte Zabo aus Budapest und sein Modell ist, wenn man so will, noch in Anlehnung drin. Sein Ursprungsmodell, was er nämlich eingereicht hat und was dann auch die entsprechenden Votings und dann auch die Freigabe von Lego bekommen hat, hat er nämlich nur 150 Teile. Das, was wir hier gerade auspacken, hat 751, also ist ein völlig anderes Modell. Aber, das werden wir gleich sehen, das hat was. Wenn man sozusagen jetzt mal die Schmach für den Ursprungsdesigner vielleicht mal beiseite lässt, für den Fan werden wir gleich Massen an coolen Details sehen. Ein Detail ist allerdings auch bei diesem Set der Preis und der ist knapp 90 Euro, 12 Cent pro Stein. Das ist trotz Lizenz und trotz Ideas richtiger Hammer, weil, und das ist vielleicht auch strategisch gerade schlecht gewesen für Lego, sie haben ja gerade die Flitzlos rausgebracht vor wenigen Tagen, die haben genauso viele Teile, kostet aber 30 Euro weniger. Darüber wird zu reden sein. Es ist übrigens ein Rezensionsexemplar, was wir hier sehen. Das Set erscheint zwar erst am 1. April, ich habe es aber dankenswerterweise, und das ist bisher noch nicht so oft vorgekommen, vorab von Lego mal bekommen, um hier diese Rezension zu machen. Danke dafür, aber das bedeutet auch, es kann sein, dass ich dieses Set verlose unter allen Kommentatoren, wenn genügend sagen, ich soll es denn tun. Mehr dazu am Ende des Videos. So, jetzt gucken wir uns das Modell aber mal an. Eine Besonderheit des Modells ist es, dass es in schwarz-weiß gestaltet wurde, so wie auch der Film von 1928 schwarz-weiß war. Das bedeutet aber nicht, dass man hier beim Bauen auf Farbe irgendwie verzichten müsste, ganz im Gegenteil. Das Innere ist sowas von bunt, wie wir hier sehen, und wir werden nachher mal kontrollieren, ob denn dieses Bunte dann auch wirklich nicht mehr zu sehen ist. Zum Bauen ist es natürlich dadurch ein bisschen einfacher. Man hat nicht grau auf grau auf weiß auf schwarz, sondern kann ein bisschen genauer dann auch sehen, wo was hinkommt. Hier sehen wir schon mal, dass das Ganze auch noch ein interessantes Eigenleben hat, nämlich ein Mechanismus, der es ermöglicht, nicht nur, dass dann am Rand nachher, während wir hier sehen, dass zum Beispiel Bug und Heck so rangeklickt werden, das fand ich ganz interessant, dass dort nämlich die Schornsteine hoch und runter gehen und auch der Raddampfer die Räder sich dann drehen. Damit dann, wie im Original, also sprich im Film, die Schornsteine hoch und runter gehen können, ist hier der Fuß dieser Schornsteine ganz interessanterweise dann auf diese Zunge draufgelegt, die da so hin und her wippt. Dann wird es allerdings noch ein bisschen stabilisiert, damit es dann nicht zu wild rum und her, hin und her schlackert. Da sehen wir es, kommt immer mehr daran. Man hat dann quasi eine Art Schiene, die dann da gebaut ist. Und da sehen wir jetzt auch den zweiten Schornstein, wie er dann daneben hoch und runter klackert. Und da ist er, der Traum in schwarz und weiß und zumindest auf der Packung ein bisschen gelb, wie man gerade eben sah. Drinnen wird es eine richtige Farbexplosion. Außen ist tatsächlich davon nichts bis gar nichts mehr zu sehen. Na, vielleicht doch. Wir gucken mal. Wir starten mit den Minifiguren und hier haben wir Mickey Maus im klassischen Schwarz-Weiß, wie das ganze Set. Ja, ich hatte es ja erwähnt, natürlich an Steamboat Willi nicht nur angelehnt, sondern es ist Steamboat Willi, um was es hier geht. Und wenn man den sich mal YouTube nochmal anguckt, den Film, dann sieht man da Mickey Maus auch tatsächlich mit diesem hohen Hut, der da drauf ist. Und eben in Schwarz-Weiß. Und das sieht doch cool aus, die großen Ohren. Und ja, wir hatten Mickey Maus auch schon vorher, aber Schwarz-Weiß mit diesem Silber-Look hier unten auch. Ist zwar natürlich, dass der Torso ist schwarz, ja, aber mir gefällt es. Also das Ding kann man abnehmen hier. Notfalls könnte man das, glaube ich, auch einer Friends-Figur auf den Kopf stecken. Muss man aber natürlich nicht tun. Hier im Vergleich mal die bunte Figur, wie sie vor einigen Jahren verkauft wurde. Und ja, man sieht auch der Stil. Den haben sie tatsächlich angepasst. Also sie haben nicht einfach nur den Kopf von damals sozusagen nochmal in Schwarz-Weiß gedruckt, sondern tatsächlich auch diesen etwas anderen Mickey Maus-Stil, wie man ja dann auch in dem Zeichentrick-Film sieht, hier dann nachempfunden. Also das Runde ist ein bisschen nicht ganz so rund, wie man hier sieht. Also auch das cool. Obwohl, den Rest, den erkennt man natürlich wieder. Dann haben wir hier Minnie Maus mit Gitarre. Die gibt es auch im Film zu sehen. Und dann haben wir hier, wie wir sehen, Turkey in the Straw. Die Noten sind dabei, inklusive hier auch aufgedruckt. Ja, diese komische Ziege oder Kuh oder was das da ist, die sie auf dem Boot haben. Die haben wir hier zwar nicht, aber sie kommt da immerhin drin vor. Und das sind die Noten von dem Lied, wenn ich das richtig verstehe, dass auch Mickey Maus ja an diesen berühmten Zähnen dann pfeift. Also es kommt in dem Stück vor. Und ja, Minnie Maus ansonsten klassisch schwarz-weiß. Sie hat einen ähnlich allerdings etwas runderen Kopf. Fast schon klassischer, den Mickey Maus-Kopf, als es bei Mickey selber der Fall ist. Auch sie hat hier so einen eigenen Hut, den man draufsetzen kann. Auch der, den hat sie im Film selber auf. Und wir sehen auch hier zum Beispiel, selbst ihr Röckchen ist hier in schwarz-weiß da nochmal oder silbern nachgedruckt. Und die Gitarre auch. Also beide Figuren finde ich für den Fan definitiv eine Wucht. Auch hier nochmal der Vergleich mit der Minnie Maus, wie sie denn vor einigen Jahren erschien. Wir sehen auch hier ihr Röckchen. Und wir sehen auch hier, dass sich das Gesicht nochmal ein bisschen verändert hat. Also von der schwarz-weiß Version. Eher so, naja, ist eben noch dabei, macht aber für mich gar nicht so viel Sinn, ist dieser Aufsteller, der die Zahl zwar 1928 unten drauf hat, auch das bedruckt. Also hier sind ja keine Aufkleber mit dabei. Dafür dann eben noch, ja, das Mickey Maus-Zeichen in sehr abstrakt dann. Und wie man hier sieht, man kann es dann hinstellen. Da hätte ich fast noch so eine UCS-Platte ein bisschen interessanter gefunden, wo noch so ein bisschen Text dabei gewesen wäre mit Erzählung dazu. Sodass es dann wirklich so ein Ausstellungsstück ist, das man hinstellen kann. Aber na gut, das schadet ja auch nicht. Das kann man schon mal da hinstellen. Das Highlight ist aber natürlich das Boot. Steamboat Willi. Und ja, erst recht, wenn man es jetzt vergleicht mit dem, was der Ursprungsauto mit 150 Teilen gebaut hat. Und das, was ich jetzt hier schweres in Händen halte, das hat nichts miteinander so richtig mehr viel zu tun. Das eine war so ein kleines Pulli-Bag. Naja, ein bisschen mehr als ein Pulli-Bag-Modell. Und dies hier ist ein richtig handfester Raddampfer mit allen, fast allen Details, die im Film auch vorkommen. Also das, was ich noch bemängelt hatte, was sie alles wegrationalisiert hatten bei den Flintstones, hier haben sie sie richtig aus dem Vollen geschöpft. Und da werden wir, wenn man den Film gesehen hat, so viel wiederentdecken. Das ist schon beeindruckend. Auch hier natürlich hier die Zeichen alle bedruckt. Auch schön so mit so einem gleichen spiegelnden Silber-Look. Und dann haben wir hier diese drei Pfeifen in klein, mittel, groß da oben. Kommen wir im Film vor? Ja, im Film bewegen die sich. Aber das tun sie hier natürlich nicht. Dann haben wir hier diese großen Auspüffe. Hier, die werden wir gleich sehen, auch unten dann bewegt werden können. Da sehen wir schon, das ist natürlich auch neu. Das war im Ursprungsmodell auch nicht drin. Dass sich hier die Räder vom Rad selber drehen und dazu dann eben auch noch hier die beiden Schornsteine hoch und runter gehen. Was sie im Film dann auch tun. Micky steht hier, pfeift ihr Lied und die Dinger gehen hoch und runter und die pfeifen das Ganze mit. Also ja, und die sind auch so lang da. Also auch das passt hervorragend. Gucken wir mal vorne. Dann ist da auch durchaus diese Flagge. Auch die gibt es im Original. Dieses kleine Häuschen meine ich da auch entdeckt zu haben. Dann dieser Vogel, der hier ist, der sieht hier ein bisschen zu niedlich aus. Also der ist im Film nicht ganz so niedlich. Aber er ist immerhin dabei. Also es fehlt fast nichts. Es fehlt vielleicht noch die Kuh oder was auch immer das da ist. Und dieser Oberboss. Aber ansonsten, der Schnabel hätte ein bisschen größer sein können vielleicht. Aber Herrgott ist immerhin dabei. Und man kann die Geschichte damit wirklich schön darstellen. Dann haben wir hier das Rad, wie wir hier sehen. Auf beiden Seiten dann auch. Und dann hinten, die entdecken wir auch wieder eine Menge. Zum Beispiel hier die Kartoffelkiste. Wo nachher Mickey Maus dann im Schiff dann, glaube ich, Kartoffeln ja schälen muss. Oder wie war das? Hier so ein bisschen was von der Kombüse sieht man auch. Die Kisten da. Dann haben wir auch wirklich den Kran, der dort eine Rolle spielt. Unter anderem ja auch für die Kuh und auch für andere Sachen. Ich glaube auch Mini Maus wird darüber geholt. Der auch sogar funktioniert. Also wir können, naja, also wir können dran drehen. Und dann fährt das Teil hoch und runter. Können das hier auch so ein bisschen verschieben. Je nachdem, wie wir das dann wollen. Wir haben einmal, wir haben hier einen Hammer. Tor wird sich freuen. Wir haben hier, das sind eigentlich solche Garagentore. Nur andersrum. Die sie hier angebracht haben. Um hier diese Eingänge zu simulieren in schwarz-weiß. Auf der anderen Seite, ja gut, da haben wir das gleiche nochmal. Dann haben wir hier oben die Kabine. Die können wir auch aufmachen. Es gibt so eine Sollbruchstelle hier mit der Glocke hier hinten. Und ja, es ist zwar funktionslos, aber das große Steuerrad, das wir hier haben, das ist das aus der berühmten Szene. Da steht Mickey Maus dann da, dreht an dem Ding und pfeift ihr Liedchen. Und man sieht im Hintergrund, auch im Film, tatsächlich den Retroreifen, so wie er hier dort auch hängt. Sie geht dann nachher ja hier runter. Oder er, Mickey Maus, geht dann hier runter. Wird ja runtergestoßen eigentlich vom Boss, der da hochkommt. Und ja, gut, die Tür ist dann zu. Das kann man nicht nachspielen. Aber es ist dann ja auch ein Modell, das man vor allem zum Hinstellen hat. Und boah, ist eine Wucht. Wir setzen mal Mickey rein. Da ist er. Okay. Wenn man irgendwas bemängeln möchte, dann könnte man jetzt bemängeln, dass er mit der Schnauze ein bisschen eng am Steuerrad ist. Und man sieht, da ist auch nur eine Reihe Noppen. Wir kriegen ihn also höchstens im Sitzen dann ein bisschen weiter zurück. Also, ja, gut. Aber das ist nur Leiden auf extrem hohem Niveau. Ansonsten hier so von der Entfernung. Man möchte am liebsten mitpfeifen. Also, das passt schon. Dann zeigen wir das jetzt nochmal in Bewegung. Und hier sieht man tatsächlich, wenn ich fahre, dann geht das mit ein bisschen Ruckeln zwar. Aber es funktioniert. Also, den Betrieb davon habe ich ja vorhin am Anfang schon gezeigt. Und die liegen ja eigentlich nur da drin, auf dieser Lasche, die das dann hoch und runter drückt. Und deswegen wackelt das auch so ein bisschen. Aber das tut sich am Film auch. Also, wenn man so will, ist es sogar relativ originalgetreu, dass das eben nicht so völlig gerade hin und her geht. Und dazu dann auch das Rad vom Raddampfer. Da können wir es nochmal von beiden Seiten sehen. Und ich kann auch jetzt nochmal demonstrieren, wie ich jetzt also hier drehe und tatsächlich, was jetzt wenig überrascht, glaube ich, den Haken hoch und runter damit fahren kann. Wenn ich will, kann ich den Eimer zum Beispiel benutzen. Und hier die Kartoffelkiste. Die hat sogar extra noch so einen Haken, den ich hier anbringen kann. Und dann kann ich den damit an Bord hieven, sogar rumdrehen und dann hier wieder absetzen. Passt. Wie nah das Modell tatsächlich an dem Film ist, das sehen wir hier an diesem kleinen Ausschnitt, der in der Anleitung sich befindet. Hier ist einmal die berühmte Szene, tatsächlich wie Mickey Maus da mit dem Steuerrad hier oben dann auf der Brücke steht. Da sieht man auch den Hut tatsächlich hier, den man ja hier in dem Modell eben auch hat, das große Rad. Und hier sehen wir auch tatsächlich den Rettungsring, auch wie er da drin sich zu finden findet. Genau. Da haben wir die schwarze Flagge hier, auch dieses kleine Podest sehen wir da. Wir haben die drei unterschiedlich großen Pfeifen. Wir haben die großen, da sehen wir es nochmal, die großen Schornsteine hier. Dann das Rad. Das ist ein bisschen filigraner hier. Wir haben genau die Fenster, da. Die zwei Fenster sind genau die beiden Fenster. Und wir haben hier hinten die Kisten, so wie da. Und wir haben hier hinten, wie wir auch sehen, diesen Kran, der sich dort befindet. Auch der ist genau so da mehr oder weniger dargestellt, wie er hier sich befindet. Also da hat man wirklich sehr exakt, wie ich finde, am Original dann gearbeitet. Was fehlt, ist das, was man hier drin sieht. Also das ganze Innere. Das hat man jetzt nicht mehr gebaut, beziehungsweise findet man nicht da drin, weil da die Mechanik sich befindet. Also die Küche zum Beispiel. Und zum Beispiel dieser Stab hier, an den man ziehen kann. Die Treppe in der Kajüte oben, das ist da nicht mehr. Aber diese Glocke, auch wenn sie hier oben hängt, die ist hier hinten auf der anderen Seite dann angebracht. Aber sie ist eben da. Ich habe das ja vorhin auch gezeigt. Ja, wow. Was das Schiff auch noch hat, ist hinten ein kleines Ruderblatt, das sich allerdings nur hoch und runter bewegen lässt. Wie wir hier sehen, nicht seitlich. Na gut, es ist ja auch ein Modell eben zum Hinstellen. Und von unten, da sehen wir nochmal hier die Zahnräder, wie man sie vorhin im Aufbau auch sehen konnte. Wie die ineinander greifen. Und auch diese Lasche, die hoch und runter geht, um dann die Schornsteine hoch und runter zu bewegen. Und tatsächlich, hier sieht man dann das Bunte. Da muss man aber schon quasi drunter streichkrauchen, beziehungsweise es umdrehen. Also wenn es normal steht, sieht man davon nichts. Und auch sonst, wenn man mal guckt, kann man tatsächlich noch was vom Bunte sehen. Vielleicht noch hier ganz bisschen an der Achse. Da ist ein bisschen was Gelbes. Da, theoretisch hätte man also da eine graue Stange auch nehmen können. Und ja, wenn man richtig fies sein möchte, dann sieht man es noch von oben reingeguckt. Da muss man aber wirklich suchen. Da sieht man was Gelbes. Sobald ich aber schon weggehe und nur von der Seite gucke und selbst, wenn ich nur so mal ein bisschen von oben gucke, dann sieht man das fast nicht mehr. Also eigentlich ist es wirklich, ja, wenn man nicht wirklich auf die Suche geht, ist es trotzdem ein richtig schöner Traum in schwarz-weiß. Dann gucken wir nochmal kurz in die Anleitung. Ein bisschen bunt, aber wir werden gleich sehen, es wird noch ein bisschen bunter. Das hatten wir ja auch schon am Anfang des Films gesehen. Hier haben wir das, was ich vorhin schon gezeigt hatte mit den Originalbildern und ein bisschen Information über den Film. Hier zwar auf Englisch. Wer möchte, kann sich das auf Deutsch dann auch im Netz wieder runterladen. Da sieht man auch nochmal die Historie, ein paar alte Grafiken oder beziehungsweise Zeichnungen aus der damaligen Zeit. Wir haben ein paar Infos über den Original-Jai Dias-Designer, der allerdings, muss man eben zugeben, nicht mehr viel von seinem Modell da jetzt drin wiederfindet. Aber er hat, wenn man so will, die Idee geliefert. Ja, das ist dann der eigentliche Auto oder Designer eigentlich von dem Modell, so wie wir es jetzt hier haben. Auch mit dem ein paar Infos. Und dann darf gebaut werden, wie ich ja am Anfang zeigte. Anfangs sehr bunt und dann wird es immer schwarz-weißer, bis das fertige Modell dann tatsächlich am Ende vorein steht. So, Bauzeit ist ungefähr zwei Stunden, aber abwechslungsreich. Also, ja, und auch nicht so, dass man jetzt denkt, ich kann ja schwarz-weiß nicht mehr sehen. Da es ja sehr bunt anfängt und dann wirklich ja immer unterschiedliche Sachen gebaut werden, außer vielleicht hier diese Räder. Das zieht sich ein klein wenig, aber das sind so zehn Minuten, die etwas sich wiederholen sind. Ansonsten baut sich es wirklich sehr flüssig und sehr schön. Hier auf der Packung sehen wir übrigens auch noch mal ein paar berühmte Szenen nachgestellt. Einmal, ja gut, das ist dann das Schiff als solches. Man sieht hier, dass man die Figuren auch auf das Zeichen setzen kann. Das will ich aber gar nicht zeigen. Einmal hier sieht man zum Beispiel, ja gut, wie Mickey Maus die Mini Maus dann aufs Boot raufholt. Das sieht man im Film nachher auch. Und ja, wie er mit dem Vogel da unterhalten wird. Oder auch, wie Mini Maus am Land dann längs läuft und Mickey Maus sie da versucht dann zu sich zu lotsen. Auch die Szene haben wir hier zum Beispiel. Ist jetzt nicht wie aus dem Film, aber noch mal ganz interessant, dass die das hier auch noch mal nachgestellt haben. Ich empfehle wirklich das Original bei YouTube sich noch mal anzugucken. Ich finde, das Set ist eine absolute Wucht. Also das ist genau das, was ich mir vorstelle davon, wenn man so eine Hommage an so einen klassischen Zeichentrickfilm machen will. Dass man das Schwarz-Weiße dann macht, dass man so viele Details, Anspielungen hat, keine Aufkleber. Dass sogar noch eine Mechanik dahinter ist, die hier bestimmte Sachen aus dem Film dann auch darstellt. Dass man Infos in dem Heftchen dazu bekommt, die Minifiguren angepasst sind und nicht einfach nur 0815 da irgendwie umgespritzt sind. Also ja, es ist, wenn man so will, was das Thema angeht, das perfekte Set. Also das Einzige ist vielleicht, das ein bisschen, wie gesagt, leidtut für den Ursprungsdesigner, dass von seinem Set dann nicht mehr so viel übrig ist. Da kann man dann sagen, das ist eigentlich nicht mehr das Ideaset so wirklich. Er hat die Anregung gegeben, aber eigentlich ist das Set dann vom Lego-Designer selber erstellt worden. Aber für mich als Kunden, der genau sowas gerne haben möchte, als Mickey-Maus-Fan, beziehungsweise, Fan ist übertrieben, aber als jemand, der mit diesen Filmen auch nicht aus den 30ern jetzt aufgewachsen ist. Aber der sich auch relativ viel mit seiner Jugend, auch mit Mickey-Maus verbindet und diesen Schwarz-Weißen tatsächlich auch früher öfter gesehen hat an verschiedenen Möglichkeiten. Also für den ist das, glaube ich, hier absolut klasse und ist das Modell Tarts, wie gesagt, es ist richtig gut. Und worüber zu unterhalten ist, ist der Preis. Und das ist tatsächlich etwas, da muss man erstmal schlucken, weil es sind ziemlich genau die gleichen Teile wie bei den Flintstones, nur es sind statt 60 Euro 90 Euro. Also 30 Euro mehr. Da kann man jetzt natürlich sagen, ja, es sind eine ganze Reihe Sonderteile, die Minifiguren und, und, und. Ja gut, die Minifiguren sind natürlich auch bei den Flintstones einmalig. Es ist ein bisschen, ja, einige Sachen, gerade hier so die Sachen, die eben nicht wie hier eben mit Aufklebern sind, sondern bedruckt. Das ist schon, als recht, weil es auch eine Lizenz ist, ist es natürlich, obwohl es Flintstones auch. Also, ja, es fällt schwer, so ein bisschen genau zu argumentieren, warum das Ganze jetzt so viel mehr kosten sollte. Andererseits habe ich bei den Flintstones, ja, bemängelt, dass sie so viel weggelassen haben und ich gerne 20 Euro mehr ausgegeben hätte, um das perfekte Set in die Richtung zu haben. Hier haben wir es jetzt. Und, ja, da will ich dann eigentlich nicht darüber so meckern. Man kann mir natürlich jetzt entgegenhalten und das ist das Problem an diesem Review dann vielleicht auch. Ich habe es als Rezensionsexemplar bekommen. Also, ich habe das Geld nicht ausgegeben. Ich kann sagen, ich hätte die 80, 90 Euro ausgegeben. Vielleicht muss ich es ja auch demnächst, weil das hier ist natürlich wieder ein Set, da es ein Rezensionsexemplar ist, das ich zur Wahl stelle. Darf ich es behalten, so wie es ist? Oder, ja, müsste ich es dann verlosen? Eine Woche gibt es Zeit, sich hier dann entsprechend zu äußern. Und dann würde ich dann auch, ja, natürlich allerdings, weil man merkt ja, ich bin von diesem Set wirklich begeistert, nicht dieses hier verschicken, sondern eins, das es dann zu kaufen gibt. Das heißt, der Preis würde dann auch erst ab dem 1. April, wo das Set dann ja offiziell erhältlich ist, verschickt werden. Ich würde es dann einfach bestellen. Wenn es denn so ist, es würde dann unter allen verlost werden, wenn sich die Mehrheit für verlosen entscheidet, dass die unter diesem Video hier kommentiert haben bis dahin. Und, ja, bin ich mal gespannt, ob man mir das lässt und was so die anderen Meinungen sind. Das ist natürlich immer das Problem, wenn man jetzt also tatsächlich ein Set vor dem Release hat, so cool das auch ist, und das irgendwie, ja, was hatte auch für mich, das mal so zu haben. Das war ja noch nicht so oft bei mir, umso, ja, blöder ist es, dass man eben keine anderen Meinung hat. Das ist gut natürlich, man kann wirklich seine eigene Meinung sagen, aber ich will auch nicht ausschließen, wie ich da was übersehen habe. Daher gehend, ja, bin ich sehr auf die Kommentare jetzt gespannt. Ich finde es richtig cool, ich finde es sehr, sehr teuer. Und, ja, was denkt ihr dazu, ne? Das war's, da fallen mir hier schon die Minifiguren aus der Hand, beziehungsweise vom Tisch. Wir hören und sehen uns dann hoffentlich bald wieder und dann auf Fröhliches abstimmen und kommentieren. Ich krieg's nicht gepfiffen, aber man weiß ja, was gemeint ist. Tschüss!